Im heutigen Video möchte ich euch eine Möglichkeit präsentieren, mit der ihr ja einen Skill lernen könnt und das innerhalb von einem Tag gerade mal, um damit potenziell mehrere hundert oder tausend Euro sogar einen Tag verdienen zu können von zu Hause aus auf der Couch und glaubt mir, es ist gar nicht so schwierig, wie ihr denkt. Für all die Leute, die jetzt sagen, boah Lukas, ich habe gar keinen Bock, ein Skill zu lernen, auch wenn es nur einen Tag dauert, ich zeige euch auch noch eine coole Möglichkeit, wie ihr das Ganze machen könnt, ohne irgendwas lernen zu müssen. Ihr müsst einfach nur im Prinzip ein bisschen Copy und Paste machen und einfach ein bisschen was rumflippen und schon könnt ihr damit Geld verdienen und müsst nicht mal die Arbeit an sich durchführen. Wenn das was ist, was euch jetzt schon gefällt, smasht den Like-Button, abonniert auf jeden Fall meinen Kanal, weil ich bringe regelmäßig solche Videos. So, der erste Schritt, den wir für diese Methode machen müssen, ist auf eine Plattform People Per Hour zu gehen. So, und was ich euch hier empfehlen würde, wäre einfach Google Ads Management einzugeben und wie wir hier schon sehen können, Leute verlangen unterschiedliche Preise auf People Per Hour, angefangen von 110 bis sogar 665 Dollar oder teilweise sogar noch mehr, wenn wir hier einfach mal durchschauen und da ist wirklich von jedem Preis was dabei. Der Vorteil hier auf People Per Hour ist, dass es einfach nicht so krass viel Konkurrenz gibt. Ihr seht, es gibt gerade mal 300 Ergebnisse, was für eine Freelancing Plattform absolut nicht viel ist, vor allem, wenn man jetzt überlegt, dass es ein Google Ads Management Service ist, ja. Ein Service, wo wirklich von Millionen von Unternehmen genutzt wird und Unternehmen geben täglich teilweise mehrere tausend Euro für Ads aus, also wird es dir nicht groß jungen, wenn ihr 665 Bucks zum Beispiel dafür verlangt. So, wir können uns jetzt hier zum Beispiel einfach mal einen anschauen, der das Ganze anbietet und ihr seht, der hat schon insgesamt 260 Sales gemacht für 665 Bucks, also wenn ihr das hochrechnet, der macht mehrere 10.000 Euro nur mit Google Ads. Und bevor ihr euch jetzt fragt, Lukas, ich habe doch gar keinen Plan von Google Ads, ich weiß doch gar nicht, wie das Ganze funktioniert, absolut kein Problem, wir können das Ganze kostenlos von den Meistern persönlich lernen und zwar Google selber. Google hat da nämlich eine coole Seite, die heißt skillshop.withgoogle.com und wenn ihr auf die Seite geht, landet ihr hier im Prinzip auf der Startseite und ihr seht schon, ihr könnt hier viele Zertifikate lernen. Das Coole ist, wenn ihr den Kurs abgeschlossen habt, bekommt ihr sogar ein Zertifikat, wo Google euch bestätigt, hey, der Herr, keine Ahnung was, kann das Ganze, zum Beispiel Google Ads und ist ein Profi in der ganzen Geschichte. Das ist eine coole Sache, ihr könnt das Zertifikat dann zeigen anderen Unternehmen und sagen, hey, ich kenne mich damit aus, ich mache für euch die Google Ads. Und ihr seht, ihr könnt hier zum Beispiel Google Ads lernen, ihr könnt aber auch Google My Business lernen und auch ganz viele andere Dinge. Wir machen das Ganze jetzt einfach mal mit Google Ads. Ihr geht hier auf die nächste Seite und was ihr hier im Prinzip machen könnt, ist, am besten würde ich euch empfehlen, die Google Ads Certifications zu machen, dass ihr im Prinzip ein Zertifikat kriegt. Ihr könnt euch dann hier aussuchen, was ihr im Prinzip machen wollt. Ihr könnt hier auch noch aussuchen, den Schwierigkeitsgrad, wollt ihr eher Anfänger, mittleres Niveau oder fortgeschritten. Vielleicht kennt der ein oder andere sich von euch schon aus. Und ganz cool hier auch noch, ihr könnt die Dauer einstellen. Wenn ihr wirklich ein fauler Sack seid, so wie ich, dann könnt ihr das Ganze einfach machen mit kurz, 0 bis 5 Minuten. Und innerhalb von 5 Minuten könnt ihr euch ein Zertifikat über Google holen. Und jetzt zeige ich euch noch die zweite Möglichkeit für all die Leute, die sagen, boah Lukas, das dauert zwar vielleicht nur ein paar Minuten, um das Zertifikat zu lernen, aber ich bin echt richtig faul und ich habe gar keinen Bock, mir so ein Zertifikat zu machen, mich da irgendwie durch einen Test durchzuballern von Google. Ganz einfach, dann machen wir einfach Service Flipping, was auch sehr funktioniert. Und da benutzen wir einfach eine andere Plattform, die auch sehr stark besucht ist, wo Leute einfach den Service teilweise so günstig angeben, um einfach mit ihren Mitbewerbern mithalten zu können. Und die Seite heißt Fiverr. So, der ein oder andere kennt die Seite vielleicht schon. Und wie ihr sehen könnt, auf der Seite Fiverr gibt es bereits 23.367 verfügbare Leistungen für das Stichwort Google Ads Management. Ja, wenn wir uns das Ganze vergleichen hier mit People Per Hour, hier haben wir gerade mal 300 Plus Ergebnisse, also die Seite People Per Hour ist zwar bekannt für Unternehmen, aber nicht viele Leute verkaufen dann Service. Also ist das eure Chance, da zuzuschlagen, euren Service anzubieten und einfach jemanden günstigen hier auf Fiverr zu suchen. Ja, wir haben hier zum Beispiel jemanden, der schon Level 2 ist. Wir können uns den Gig einfach mal anschauen. Level 2 heißt, dass er schon einige Verkäufe auf jeden Fall hatte. Und ihr seht schon, der hat 233 Bewertungen für die Google Ads Kampagne. Das heißt, der hat mindestens 300 oder 400 Verkäufe vielleicht sogar schon gemacht mit der Google Ads Kampagne. Also das ist jemand, der auf jeden Fall Erfahrung hat. Wie ihr sehen könnt, das Basic Paket kostet gerade mal 41 Euro und das Premium Paket kriegt ihr sogar schon für 92,94. Ja, wenn wir das jetzt hier vergleichen zum Beispiel mit dem anderen, auf People Per Hour, der verlangt zum Beispiel 600 dafür. Ja, wir können das Ganze jetzt natürlich für 400 oder 500 anbieten für den Anfang, um euch einfach ein bisschen Vorteil gegenüber den Mitbewerbern auf People Per Hour zu machen. und dann sucht ihr euch einfach einen günstigen Anbieter auf Fiverr, wo ihr im Prinzip die ganzen Daten übermittelt und sagt, hey, so und so möchte ich das Ganze haben. Ihr könnt mit denen natürlich auch ein paar Preise ausmachen und sagen, hey, was hältst du davon, wenn ich dir regelmäßig neue Kunden bringe und du gibst mir einfach ein bisschen Rabatt auf das ganze Ding und so machen wir beide mehr Geld. So könnt ihr den Service auf jeden Fall flippen, ist eine coole Angelegenheit. Wenn ihr wissen wollt, wie ich mein ganzes Geld immer verdiene, ohne Zeit gegen Geld tauschen zu müssen, dann schaut auf jeden Fall unten in der Beschreibung vorbei, da habe ich euch den Kurs verlinkt, wie ihr mit Ebay Dropshipping Geld verdienen könnt. Meiner Meinung nach eine der coolsten Möglichkeiten, aktuell Geld zu verdienen. Und ja, ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.